So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Klotzis Lieblingsformat, nämlich Max Out Monday. Wir wollen wieder ein paar Pokémon Maxen. Ein Titel-Pokémon, was ich mir selber aussuche und bestimme. Fünf Vorschläge aus der Community, die ihr ja immer in den Kommentaren unten hinterlasst. Guck mal, top, top Kommentar ist vom Nick. Grüße an den Nick. Aber wir müssen die natürlich wieder auf neueste zuerst machen und dann von unten anfangen. Aber bevor wir jetzt anfangen, gehen wir natürlich erst mal in das Spiel und ich werde meinen Titel-Pokémon Maxen. Theoretisch habe ich viele Möglichkeiten. Momentan läuft ein Stahl-Event. Man könnte also Togedema, Sarubu, keine Ahnung, diese kleine Stahl-Maus, Togepi mit Stahl-Typ, genau das könnte man Maxen. Oder, wenn ihr Stahl-Pokémon habt, was ist ein guter Kondor? Boden. Man könnte Groudon Maxen. Oder, weil es den ganzen Tag regnet, was könnte man Maxen? Kyogre. Oder, weil wir es beim letzten Mal bekommen haben, noch kurz am Ende des Events, 100% Angriffs-Dioxis, könnte man noch Maxen. Das sind eigentlich drei Dinge, die ich unbedingt noch Maxen muss. Groudon, Kyogre und das Dioxis. Deswegen verzichte ich mal auf das Togedema-Ru und nehme einfach Groudon, damit ich mit einem anfange. Ich werde heute also endlich Groudon Maxen, was ich die ganze Zeit schon rumliegen habe. Voraussetzung für Max Out Monday ist, ich muss das Pokémon in 100% besitzen und ich muss genügend XL-Bombombs haben, um es wirklich Maxen zu können auf 50. 40 ist nicht Maxen, 50 ist Maxen. Wir brauchen also 296 XL-Bombombs von jedem. Hier habe ich schon das Groudon. Das hat jetzt schon 4542 WP. Ich habe 224 XL-Bombombs. Ich drücke auf Maxen, ziehe einmal zurück, gebe noch 80 dazu und wir haben endlich unsere Frau Deluxe auf Level 50 gepusht. Der Push-Button ist weg. Warum heißt die Frau Deluxe? Das Teil ist vom Go-Fest, damals gefangen, Lebach, Saarland, Deutschland, 25.07.2020. Da gab es schon Fan-Raids. Da wurde eingeladen. Ich saß auf einer Bank, da gibt es ein Video dazu. Ich habe gesagt, wir machen kurz mal den Groudon-Raid. Wurde eingeladen von Frau Deluxe. Und dann war es ein 100% Groudon. Und ich habe das im Video live gefangen. Jeder hat das gesehen, der das Video gesehen hat. Damals 2020. Go-Fest. Gibt es auch noch auf dem Kanal. Jetzt endlich auf 50. Deswegen hier der Tag dran. Level 50, Frau Deluxe mit 100%. Auch mal kurz bewerten, dass man das auch sieht. Fürs Amt-Nähe, dass das so drin ist. Das ist mein Titel-Pokémon für heute. Ich hoffe, es kommt nichts anderes dazwischen und wir können beim nächsten Mal Kyogre maxen. Der dürfte eigentlich genau auf die gleichen WP kommen. Auch auf 4.600. Hat hier auch Feuerschlag. Was auch für GBL wichtig ist und eine Rolle spielt. Jetzt gehen wir rüber. Gucken wir mal nach euren Vorschlägen, die ihr gemacht habt. Paul. Mit dem Paul bin ich gestern am C-Day of Best Friends gestiegen. Der sagt hier Schlaraffel. Schauen wir mal auf Schlaraffel. So. Schlaraffel. Wir müssen auch die Schlaraffel. Wir maxen ja sowieso immer die Endentwicklungen zuerst. Schlaraffel ist schon auf 50. Das heißt, das zählt nicht. Bitte die Endentwicklung von Stravigl. Maxen, komm nicht auf den Namen. Sagt Sarina. Sarina. Was mache ich denn hier? Das ist so. Jetzt wollte ich Sarina angeben. Stra-Wigl. Folikon. Madrophil. Madrifol. Habe ich. 100. Aber keine XL. Lass mal also so stehen. Wisst ihr überhaupt, dass es das Pokémon gibt? Ich glaube, das geht total unter. Stravigl sieht man so selten. Es gibt bestimmt viele, die das noch nicht durchentwickelt haben. Auch ein Kandidat, wo man mal als Button nehmen kann. Bonbons erlaufen und so weiter. Ja. Geht also leider nicht. Wir gucken also weiter. Haben hier Kami. Sagt Schlurp, Xeneas oder Hypno. Damit Xeneas gleich mal weg ist. Zeigen wir mal hier Xeneas. Xeneas haben wir schon auf Level 50 gemaxed in 100%. Obwohl es das nicht mal als Shiny gibt. Mein Tipp ist ja, dass jetzt, wenn Evil Tal da war, mit Shiny-Einführung, danach vielleicht Xeneas mit Shiny-Einführung kommt. Da kann ich es wieder gemütlich angehen lassen. Genau wie bei Evil Tal. So. Der ist schon da. Hypno oder Schlurp? Ähm. Schlurp, 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 Schlurp. Geht es natürlich um Schlurp-Black. Ist nicht auf 50. Wir haben aber auch nicht die entsprechenden XL. Geht also nicht. Hypno probieren. Hypno. Hypno. Hypno ist auf 50. Aber wir haben ja jetzt hier das. Ein 100%. Äh. Hypno ist auf 50. Wir haben aber Traumato. Das muss ja auch irgendwann mal auf 50. Ja. Weil es ein Krypto ist. Würde ich jetzt aus Spaß das einfach mal hochziehen. Und euch dann fragen. In den Kommentaren. Soll man das entwickeln oder nicht? Soll man da ein, ähm, ein, ähm, ein Krypto-Hypno draus machen? Oder auch nicht. Wir ziehen das jetzt hoch. Wenn wir es entwickeln, kommt es nämlich auf 2363. Hm. Ich lasse es erstmal so wie es ist. Jetzt haben wir also ein Hypno und ein Traumato gemäxt. Die Familie hier also voll. Das war jetzt eine Ausnahme, weil es ein 100er, äh, Krypto war. Dass das speziell hier reinkommt. Also entwickeln. Nicht entwickeln. So lassen. Nicht so lassen. Wie auch immer. Schreibt es mal rein. Eure Vorschläge. Was wir damit machen. Dann haben wir, das war Kami. Dann haben wir Nick. Sehr schöner Lux-Tramax. Vorschläge diese Woche sind. Krebutag, Belibber und Casteliv. Ich merke jetzt schon wieder, dass ein Fehler war, das Hypno, äh, das Traumato gerade zu maxen. Jetzt einfach links liegen lassen sollen. Und sagen, gut, Hypno ist schon. Brauchen wir nicht. Krebutag, Belibber, Krebutag, Belibber, Krebutag, haben wir keine XL, Belibber, haben wir keine XL und Castelit, 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 Castelit funktioniert, können wir hochziehen. Ein Vorschlag von Nick, sehr schöner Castelit, Max out. Sehe ich schon wiederkommen als Kommentar. Das ist der zweite Vorschlag aus der Community. Fehlen also noch drei. Hab gerade außerdem vergessen, hier bei Traumato, das Level 50 dran zu machen. Boah, Traumato. So, hier musst du trotzdem auch Level 50 dran, ja. Zähl doch sonst nicht. Sieht auch so besser aus und vollständiger. Weiter, Nick, drei noch. Jochen. Tentoxa, Galoppa, Yukon. Tentoxa. Tentoxa könnte, glaube ich, ein guter Vorschlag sein, der bisher noch nicht, äh, gesagt wurde. Tentoxa. Genau. Super, Jochen. Tentoxa hat gepasst. Auch Generation 1. Bin ja froh, wenn die erstmal irgendwann komplett ist. Machen auch den Tag dran. Tentoxa auf 2738. Jochen also der dritte. Noch zwei übrig. Genaya, passend zum nächsten Event. Hier mal meine Vorschläge. Klick, die Klack. Voluminas, Calvalansas, Brocolos. Ja, Brocolos habe ich ein Problem und zwar, habe ich damals hier dieses Brocolos schon auf 50 gezogen. Das ist von 2020. Hat aber natürlich nur Katapult Steinhagel. Gestern haben wir eins entwickelt, Katapult Meteorstrahl, dass das jetzt auch die Event-Attacke hat. Eigentlich müsste man das ja hochziehen auf 50, damit man einem eben das als starken Steinsangreifer mit der Event-Attacke hat. Man hätte hier auch mit einer Top-Lade-TM die Attacke ändern können. So, hebt man das jetzt auf und tauscht das irgendwann, obwohl es ein 100er ist, ändert man hier die Attacke. Der ist schon gemaxed. Man spart also Ressourcen, man spart den Staub, man spart die Bonbons, man gibt aber eine Top-Lade-TM aus. Momentan weiß ich eh nicht, was ich damit mache. Das Brocolos lasse ich erst mal zurück. Ihr seht ja, wie das gemaxed ist. Wir gucken erst mal nach dem Rest hier. Click-Di-Clack, Voluminas, Calvalansas, Click-Di-Clack. Viele haben wir davon ausgebrütet. Click-Di-Clack. Hier ist ein 100er, richtig krass, 100er in Glücks, wurde getauscht. Aber uns fehlen die XL, können wir also nicht maxen. Voluminas haben wir hier. Ist auf 50. Das heißt, wir haben noch Calvalansas. Calvalansas, 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 Calvalansas. Calvalansas. Fehlen die XL. Geht nicht. Oh, aber damit Schena ja nicht leer ausgeht, müssen wir doch das Brocolos maxen. Wir kommen also zurück, gehen hier auf Power-Up, ziehen das rüber, maxen das halt auch. Haben wir jetzt ja zwei Stück, den dann auch noch auf Best-Body machen, dass das passt. Der kriegt also auch hier den Level 50-Batch dran. Da hast du jetzt aber Glück gehabt. Hätte ein anderer Vorschlag gepasst, hätte ich lieber einen anderen genommen. Aber so ist es halt so. Zwei. Stehen immer noch aus, glaube ich. TXC Lenny. Moin, moin. Geiles Video. Meine Vorschläge. Mauzi, Feuerriegel. Wenn es klappt, gerne Lenny nennen. Yo, yo. Lenny, yo. Was geht ab in der Haus? Mauzi, Feuerriegel. Aber da geht es ja jetzt um die Entwicklungen. Und wenn wir Mauzi haben, wir haben das Kando-Mauzi. Ja, und das Alola fehlen leider die XL. Also das geht gerade nicht. Was war das zweite? Habe ich schon wieder vermehrt. Feuerriegel. Das wäre ja dann Tornupto. Ist, glaube ich, auch auf 50. Wir haben nämlich mal alle Starter gemacht. Müssen wir weitergehen, müssen wir weitergehen. Lukakreuz, Deoxys, Angriffsform. Schillernd. Vorschlag. Maxen. Na gut, eigentlich müsste ich die Angriffsform eh noch maxen. Aber er möchte ja die Schillernde. Die habe ich leider nicht zu 100%. Also müssen wir den Vorschlag überspringen und weitergehen. Henry Herford. Mein Vorschlag für die kommende Woche ist, Schwalboss oder Alola Radikal oder Alola Raichu. Schwalboss. So. Schwalboss geht. Und wäre damit dann der letzte Max Out. Obwohl mir natürlich die Alolas jetzt viel besser gefallen hätten. Weil Schwalboss ist einfach... Bäh. So ist er aber wenigstens weg. Und Henry könnte seine Vorschläge nochmal machen. Müsste das jetzt das Letzte sein? Haben wir jetzt da das Letzte? Wir haben Henry gehabt. Wir haben Genaya gehabt. Wir haben Jochen gehabt. Wir haben den Nick eingehabt. Und. Joa. Wir haben bei Kani das Traumato gehabt. Das sind 5 von euch gewesen. Das passt. Grüße auch an den Rest, der hier kommentiert hat. Nicht traurig sein, wenn ihr jetzt nicht dran wart und eure Vorschläge. Schreibt eure Vorschläge, die nicht dran waren. Jetzt einfach nochmal unter dieses Video. Probiert es beim nächsten Mal. Es kommen immer wieder Kommentare, die nicht gehen. Oder wo nichts drin steht. Oder wo die Bonbons fehlen. Oder wo es kein Hunder da gibt. Oder wo es schon gemaxed ist. Sodass man irgendwann mal ganz durch ist. Ich habe es einmal bisher gehabt. Da waren wir alle Kommentare durch. Und sind immer noch nicht auf 6 Vorschläge gekommen. Deswegen lasst euch nicht entmundern. Macht Vorschläge. Das ist wichtig. Ich möchte euch da immer mit einbeziehen. Jetzt gehen wir hier nochmal raus. Gehen hier mal zurück. Und sehen, dass unsere Frau Deluxe jetzt von hier unten. Vom 10. Platz oder was. Das war auf Platz 4 gerutscht ist. Das sieht auf jeden Fall stark aus. Ist jetzt hier also auch vor die Jalga. Und alles schön. Best Buddy Badge. Das sieht gut aus. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Was habt ihr zuletzt gemaxed? Schreibt es mal in die Kommentare. Bitte macht Vorschläge. Wenn ich irgendwann hier sitze und habe nur einen Kommentar. Kann ich nur eins maxen. Es wird immer schwieriger, je mehr man maxst. Weil immer weniger übrig bleibt. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Was soll ich mit dem Hypno machen? Mit dem Traumato machen? So lassen? Oder entwickeln? Ich spiele damit eh nie GBL. Soll das jetzt also maxen? Einfach für die Sammlung. Haben wir ja eigentlich. So wäre es ein Traumato. Was auch gemaxed ist. Dass im Prinzip die Familie schon mal voll ist. Fragen über Fragen. Peace out. Euer Ramses. Und Vorhaut. Euer Ramses.